Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 dass alle Kinder meiner unterstritten. Manchmal wünsche ich mir ein großes Tag und für zu sein. Das wäre fein. Manchmal frage ich mich, ob uns das so glücklich sind. Oder werde es ihnen lieben, alle ließen sie in Ruhe. Und sie können einfach leben, so wie ich und du. Manchmal frage ich mich, ob uns das so glücklich sind. Krieg, ein, geht's. Was soll ich tun, Fisch? Du hast die Wahl, Fisch. Wir sind Nikolaisis. Wir reisen das Lustige mit Nikolaisis und lachen euch sehr gerne und viel. Ein Chor hat auch einen Vorstand, der uns dort Sachen organisiert und was uns dort schauen. Der coolste Jahreshöp-Punkt für mich war das Pirate-Musical. Nikolaisis ist die Abkürzung von Nikolaisingels. Mit Nikolaisis haben wir auch schon ein kurzes Musicals aufgeführt. Tafir und Kolia hat mir zum Beispiel gut gefallen. Mit Nikolaisis haben wir schon mal einen Auftritt im Hotel Bossitz zermattet. Bei Nikolaisis kann man mitmachen, wenn man in der ersten Klasse ist. Das schönste ist eigentlich mit Nikolaisis, dass man zusammen sein kann und dass man singen kann und einfach so schön ist. Einfach schön. Mit Nikolaisis geht es im Jahr zweimal im SGA singen. Ich bin gerne mit Nikolaisis, weil ich gerne singen kann. Melanie Pellert ist unsere Leiterin. Seit 2015 heisst sie Nikolaisis. Im Sommer hatten wir im Gräken ein Liegewiss-Konzert und das war cool. Im nächsten Mal haben wir Auftritte mit Anna Rocher und das war cool. Ich bin gerne mit Nikolaisis, weil ich viel Spass habe. Das Musical, das Geschöpf der Nacht haben mir besonders gut gefallen. Mit Nikolaisis kann man mitmachen, wenn man gerne singt. Wir sind mit Nikolaisis mit dem Zug auf den Gordnerglock gegangen und haben im Chortreffen mitgemacht. Ich bin auch Nikolaisis, weil meine Scheisse und meine Bräder auch mitmachen. Ich bin gerne mit Nikolaisis, weil so schöne Auftritte kommen und wir singen ganz schöne Lieder und das gefällt mir einfach ganz, ganz fest. Und da kann ich auch lernen singen und ja, ist eigentlich sehr, sehr interessant. Dann möchte ich da das ganze Jahr drin bleiben, weil das so toll ist. Und fertig. Die Zeit vergeht, es tickt die Uhr, gleich muss ich fertig sein. Ich bin zu spät, was mach ich nun, ich schaff es nicht allein. Für andere wäre es tragisch, ein Grund für Traurigkeit. Und mir fällt ein, doch gibt's ein Lied, das mich von Frust befreit. Vieles wird leichter, nimmst nicht schwer, vieles wird leichter, komm doch her. Vieles wird leichter, Stück für Stück, vieles wird leichter mit Musik. Du bist traurig und alleine kannst die Welt nicht mehr versteh' Die Gedanken geben keinen rechten Sinn. Und du freust dich ganz verzweifend, wieso darfst du weitergehen, wenn ich ohne Kraft und ohne Rufen bin. Komm zu mir, setz dich her, denn zur Zeit ist halb so schwer. Es gibt immer eine helfende Hand, es gibt immer eine helfende Hand. Glocke, 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 Glocke. Glocke, 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 G Gloria, Gloria, Gloria Jimmy-Dominé Gloria, Gloria, Gloria Jimmy-Dominé Dominé, 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 Dominé. Jetzt sind wir in einer Sommerferie und ich habe schweinkalt. Ja, die Woche könnte es jetzt 30 Grad werden. Wirklich? Ja, am Samstag 15, am Sonntag 15. Wurzeln haben Sie ein Tor. Ja, am Samstag 15. Jetzt werden wir in der Zeit, der wir wollen aus. Wirklich? Wirklich? Vielen Dank. Vielen Dank.